Die Jungs, die wollen zwischen. Wollen noch mal alle für meine Karten setzen? Eins geht mehr, Jungs. Double-Tailer. Innen wird richtig schön vertikales Vorderrad an die Schulter gelegt. T-60, Table-Trop, Backflip, alles Back-to-Backflip, Trot-Trop. Annehmen beim Sprung gerollt für den ersten Kinder. Man zentriert sich auf. No put, it can't handle. Trot, Backflip, Trot. 380er mit dem 2-Fast getreten in der Lenkart. Das ist der Karten. Und jetzt konzentriert er sich auf den Giro-Golden. Boah! Ist der ein Gefährd noch umstande, um das Giro-Golden weiter zu holen? Das sieht man von hier oben nicht so aus. Ja, es ist Neon. 360er am 2. No! 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 Und alle Augen auf, Augen auf, Augen jetzt, noch ein Backliff. Träziti Tegeltoff. Kommt noch ein Journalistik in Rio. Ja. Träziti Tegeltoff. Das war's für heute. Applaus